Markus Lienhardt, Bürgermeister von Bregenz. Am Montag ist der Verkehr im unteren Rheintal, aber besonders in der Stadt und um die Stadt Bregenz kollabiert. Wie haben Sie persönlich die Situation wahrgenommen? Es ist ein Ausnahmetag mit einer Ausnahmeverkehrssituation, die, glaube ich, auch nicht lösbar ist. Die Ehrlichkeit und die Offenheit muss man, glaube ich, haben. War die Exekutive Ihrer Ansicht nach präsent genug? Es gab hunderte von Beschwerden. Dass speziell bei Kreuzungsbereichen und bei Kreisverkehren gegen die Straßenverkehrsordnung verstoßen wurde, wurde genug kontrolliert? An solchen Tagen, denke ich, kann man nicht genug Exekutive haben. Die Exekutive, die im Dienst war, war im Einsatz. Ob man noch weitere Beamten hätte in den Dienst stellen können, bleibe dahingestellt. Das Problem des verstopften Querverkehrs, also das Einfahren in den Kreuzungsbereich zu einem Zeitpunkt, wo erkennbar ist, dass man bei rot werdender Ampel diesen nicht mehr verlassen kann, ist ein Problem, das uns das ganze Jahr über beschäftigt. Insbesondere an der Rheinstraße und den wesentlichen Querungen, wie etwa im Bereich der Reutegasse, im Bereich der Montfortstraße, im Bereich der Rathausstraße oder auch weiter unten im Bereich Prälatendamm. Ein Problem, auf das wir immer wieder hinweisen mit Nachdruck, wo wir, da ist eine ehemalige Bundesstraße, jetzt Landesstraße ist, die Polizeiinspektion, also die Bundespolizei, gerne mehr sehen würden. Ich hatte erst vorgestern eine Aussprache mit dem Herrn Landesrat Rüdesser, auch wieder in dieser Frage, wo wir die Frage der Installation von entsprechenden Kameras diskutiert haben, um hier eventuell Absilbe zu schaffen. Am gestrigen Tag, am Tag der Deutschen Einheit, ist das besonders deutlich geworden, weil die Rücksichtlosigkeit der Autofahrer und die Missachtung der Verkehrsregeln hier sehr deutlich zu Buche geschlagen hat. Es ist aber das grundsätzlich ein Problem, das uns das ganze Jahr über beschäftigt und wo mir sehr viel daran liegen würde, wenn wir von Seiten der vorgelagerten Behörden mehr Unterstützung hätten. Stichwort City Maut. Über solche Dinge in Bregenz nachzudenken, da warne ich davor. Wir wären damit die einzige Stadt der Region, die nur über Maut erreichbar wäre. Das in der Wettbewerbs- und Konkurrenzsituation, die wir hier am Bodensee kennen, in der Bodensee-Region und die eigentlich diese Region auszeichnet. Ich meine, wir würden da die Rechnung sehr schnell bekommen, eine Rechnung, die wir auch nicht bezahlen könnten. Nun, wir hatten ja viele Umfahrungsvarianten diskutiert, zuletzt oder sehr aktuell die Variante Z. Denken Sie, dass diese das Problem zumindest entschärfen könnte, wenn schon nicht lösen? Wenn einer Fug und Recht hat, sich über die Verkehrssituation den Kopf zu zerbrechen und sich zu beschweren, dann ist das wohl der Bregenzer. Wir haben hier Verkehrsdichten, wie sie die ganze Region nicht kennt. Und unser Dilemma ist, dass diese Situation nur außerhalb des Bregenzer Gemeindegebiets gelöst werden kann. Und das Ganze noch verschärft wird durch eine unsinnige Mautregelung, wie es die Vignette ist, die zu einem Verlagerungsverkehr führt, der uns wirklich schweres Kopfzerbrechen bereitet. Etwas verbessert durch die Korridor-Vignette, aber lange nicht saniert. Für mich, und ich habe an dem Prozess Mobil im Rheintal ganz intensiv mitgewirkt, und das war eine anstrengende Geschichte, die sehr viel Zeit und Engagement in Anspruch genommen hat, aber es war mir wichtig. Es ist meine feste Überzeugung, dass neben allen Begleitmaßnahmen Push und Pull, die schön und recht sind, die auch gemacht werden müssen, es ohne eine Straßenverbindung, die den Transit zwischen der österreichischen und der Schweizer Autobahn im Transit Deutschlands Schweiz gewährleistet, nicht geht. Und ich befürworte ohne Wenn und Aber die Variante Z und boche darauf, dass diese weiter verfolgt wird. Ich habe noch ein klein wenig Stolz auf diese Variante Z, weil in einer Phase des Prozesses Mobil im Rheintal war die Variante E, aus der die Variante Z hervorgegangen ist. Bereits in der Schublade ist es uns damals gelungen, diese Variante wieder zu aktivieren. Und derzeit, denke ich, ist die Z-Variante eine, die jedenfalls im Kreis der Betroffenen eine breite Mehrheit findet und Zustimmung. Und ich möchte an alle appellieren, dem Bund, die ASFINAG, das Land, aber auch alle betroffenen Gemeinden, dass wir nicht ablassen, zu fordern, dass dieses Paket auch umgesetzt wird. Und ich möchte an alle appellieren, dass dieses Paket auch umgesetzt wird.